Was hab ich? Ich schieße dich. Ich habe die verdammte Anstrengung. Wenn du lebst, Globa Heimat. Wenn du tot bist, Globa Heimat. Spiel mit dem Ball, Junge. Spiel mit dem Ball. Ich würde das doch ein bisschen anbucken. Spiel mit dem Ball. Jetzt schmeiß den Ball zurück, Junge. Zeit, man. Raushauen, schmeiß mal. Ja, gleich. Ja, gleich. Herr Grimm, ich glaub, es ist gekommen, oder? Nein, nein, nein. Dass halt das Haus kam. Ich hab's schon auf die Elfte gedreht. Jetzt. Ich hab's nicht gesagt, das Haus muss ich dir haben. Ich glaub, es kam gleich. Ich glaub, es kam durch den Abfluss. Da ist ein quarantine-bayer. Es ist ein 편erisches-bayerisches Tequit. Wie ist das Nemo? Ja, ähm, äh, äh, äh. Oh, ich glaub, ob's gut. Was ist es, dass du mich lieb hast? Bleib mir vom Leib. Was ist es, dass du mich lieb hast? Bleib mir vom Leib. Nimm mir den Reis mit deinem Auge Scheiße, ich liebe dich lieber Kann mir ein bisschen jemand Zimscher vom Leib halten Da ist wieder ein Zierer Haustiere drin Da spürst du falsch Da habe ich mit der Tür drin gekocht Ist das ein Megalodon? Also ich geh da nach vorne Ich geh da nach vorne rein Ich steh auf den drauf Kann man den Zierer auf den Heiz springen wollen? Ich muss den Zimscher nicht reinschicken Alter der ist so hot Ich brauche das mal Sonnenkind für Oh nein Er ist tot Er ist sowas von Tode He dead Juuuuuu Zimscher Ja wenn er sich oben dritten ist Ich weiß Na komm Zimscher Austauschbare Fuh mit dem A5 Ähm Ähm Herr Grimm Herr Grimm Herr Grimm Setz sie komplett geisteskrank Ich scheiß Ich mein Wo ist die Beine mit der Wenn da hinten eine riesige rote Pfütze ist Wo der Schuh da reingesprungen ist Oh Ups Hollen sie ihn da raus Kann mir jemanden ermordet Kann das sein? Ähm Hollen sie ihn da raus Zim Schnell jetzt Der Schnell raus hol Bitte Herr Grimm Herr Grimm Herr Grimm Alles Gute Und wir sind nicht dran Dann kommen sie Dann kommen sie Herr Grimm Dann kommen sie Herr Grimm Misswarn Und der Heilkracht Come on Putt putt What? Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit So geht es Ähm Ähm Äh Herr Grimm Sind so ein bisschen Kopflos Sind mit der Wasser Können wir das nicht machen? Ich bespult Könnt ihr alle Pupphofer weggehen? Seid ihr komplett bescheuert? jetzt ist ja wenigstens nicht mehr so gesprächig ne? Ja grill die nirg 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 die Ich mach Feuermagie auf den Hai Du hast keine Feuermagie Nein Ich versuche Feuermagie auf den Hai zu machen Ja so Ja so Nirg die Und entstellt man das? Ich versuche das Wasser einzufrieren Der ist auf der roten Lichter Zimtschernhof will Mario Nein War klar Naja Naja Wenn es jemanden frisst stirbt er wahrscheinlich Hat irgendwer noch Weil das Krause magieren möchtest probieren? Es ist n dumpf nur ein Arm hergeben Eine Arm Du brauchst einen Arm Nein Nein Wir können auch gern dich auffahren Ihr könnt doch alle in die Gänzehren draußen Könnt ich Können wir nicht einfach den Magieria so hoch drin dass das Wasser so heiß ist geht dass der rennt Das wäre zu einfach ne? Das wäre zu einfach ne? Wir dürfen sowas einfach irgendwie nicht benutzen Leute 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 Was ist euer Scheißprobleme? Oder wir gehen einfach wieder in das Frühgebäude Lass uns einfach hier weiter schwimmen Das ist ja auch ne Idee Einfach machen das Drei Warum seid ihr einfach drinnen Alles gut Ja Irgendwann Wir haben andere Wir schaffen natürlichen Weg raus Lera Free Na kommen sie zählen Kommen Jojo Herr Grims werden eh irgendwann ausgeschissen Die sind stirn Die sind stirn Du gehst jetzt Mittagspause Ja Leiner Kommen Ja Irgendwann wird das schon wieder ausgeschieden auf die eine oder andere Art und Weise ne? Machs gut Grim Ja Tschüss 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 Ja das ist ne Falschwunde ne? Ja Ja Es ist ne kleine Fleischwunde glaube ich Ne kleine Kratzer Das heilt schon Da gab es aber bestimmt ne möglich Ok Wir können wohl gefressen Ein Schüler wohl gefressen Ähm Ne Das heilt schon Haben Sie mit kaum sehr Wenn ich nicht alles freu Genau Da ist der Grimfinz Solang die Hälfte drin ist Da ein kleines Problem Hatte der Hälfte Ich hab ne Idee, wir machen ein Verwandlungs-Auber, und wir verfluchen den Hai, das ist ja... Ja. Ah, wie, 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 hast du nen Stift? Hat jemand nen Stift? Ich kann keinen holen, holt einen! Das ist so'n böses Monster, ich kann keinen holen. Hallo? Können wir den braten? Nein, man kann nicht anders. Können wir aus lecker Sushi machen? Ich glaub, du kannst eh wirklich mit Kloster bei dem Essen, dann gibt's halt Super. Nee, Sprot ist alles gut. Poker-Tee, Schabbel. Ach, gibt... Ja, es gibt Giff-Heil. Die musst du nur vergammeln lassen, und dann kannst du sie essen. Wie möchtest du ihn denn bekommen? Pass auf, der bringt ja manchmal rüber und will dich beißen. Was soll das darstellen? Was soll etwas... Komm doch mal her, blöde Hai! Kommen sie! Komm! Nein, nein, nein! Ich schenke mal ein bisschen. Komm! Guck hier, ein schöner Arm! Okay, guck! Okay, guck! Warum haben wir ein Ding geoptet im Scheiß-Schul-Pool? Kann man das wirklich erklären? Ja, muss können wir so hören. Oder ein Katzenlehrer. Das kenn ich mir sogar voll. Jaaa... Jetzt haben wir Grimm... Warte mal! Wir haben Grimm gerettet! Warum haben wir Grimm gerettet? Warum haben wir Grimm gerettet? Weil... Eine Frage, wo ist der Hai hin? Äh... Da ist Grimm! Ich muss ganz schnell machen! Hi Grimm! Kriege ich jetzt eine Eins? Sie planen ja auch messst. Es ist mir das ... ... das daran kommt zum Teilenlandszen blinken.